Schall! Du lachst, ich mein das ernst. Ist mir auch egal. Boah! Entschuldigung, jetzt hol ich auf. Was hast du bekommen? Pils. Goldpils, oh mein Gott. Da leuchten die Pils, da sind nicht golden. Da ist da golden. Gibt ja gleich golden. Oh Marcel, erinnerst du dich daran, was? Nein! Danke, dass ich wegen dir fünfter bin! Obwohl meine Punkte schon so scheiße ist! Nichts, die Leute lässt sich gewinnen, oder? Kein Sieg muss auch was tun. Oh, wo sind die Gegner denn? Ich suche sie auch gleich. Ich hab einen gesehen. Ich hab einen gesehen. Ja, komm. Komm, was Gutes. Ja! Ja! Oh, wir sind scheiße gefahren. Ah, meine roten Zaubernen, der ist in meiner roten besser als deine. Ach, in der letzten nicht. Ja, aber du mich doch auch gebumst hast. Ich bumst dich. Nein, das wäre ein Fail-Satz gefahren. Ich hab ihn aber nicht ausgesprochen. Sonst sag ich, ich bumst dich. Oh mein Gott, ich komm nicht mal auf den zweiten Platz. Aber ist schon vorbei. Das ist der schwerste Schwierigkeitsgrad. Und jetzt geht auch gespiegelt. Ja, gespiegelt lutscht mich. Hier, mein Schloss! Mein Schloss! Kannst du dir nicht leisten! Ich bin der Bösewicht und wohne jetzt hier in deinem Schloss ein. Nicht dein Ernst, oder? Natürlich. Nein! Das ist jetzt mein Schloss. Das ist nicht dein Schloss! Das ist mein Schloss, du darfst da gar nicht rein! Was mich denn damit entführt? Bosa! Ja, ich werde dich auch noch in Zukunft entführen. Peach ist voll das Opfer mit. Willi, sonst hast du es aus dem Kaffee, mein Schloss. Habt ihr jetzt nicht gesehen, ich hab mich gerade gefreut. Und... Und du kommst da auch im Spiel vor. Fisch! Blub, blub! Wenn du noch ne Runde spielen hast, ging er schnell. Dein nächsten Cup! Kannst dich vorspulen! Nee! Boah! Ich muss meinen Sieg angucken, nachdem die Ausfahrtzunge zergehen. Schmeck ihn wieder in nen Eistick! Eistick schmeckt lecker! Aber dein Sieg ist scheiße! Ich schmeck nur noch! You placed first! Leute, und wir werden jetzt... Was würde ich denn sagen? Ablosen? In den nächsten Cups! Weil wir ja schon schon so eine Scheiße gespielt haben und jetzt noch schwerer. Und noch Scheiße spielen. Ich nehme ihn ja süß! Peach ist süßer! Peach ist... Peach ist ne Battle Bitch! Das ist wohl die Geschmacksverehrung! Oh mein Gott! Du findest... Du findest Leicester süß! Ist süß! Voll die Dämonenkinder! Süß! Leicester sind scheiße! Du bist scheiße! Nee, die sind scheiße! Ich glaub hier will ich auch verkaufen. Ja, ramm sie alle! Ramm sie alle! Ich betrasse mir das! Ich hole dich jetzt aus! Danke, dass ich dafür kein Izu bekommen habe! Oh man! Au! Schlagen ist nicht! Nur im Spiel! Für mich ist das echt durch Leben auch nach so einem Spiel! Ich bin die einzige Frau von der einen hinten gebumst! Oh! Das ist doch grad ein bisschen... Nein! Was ist Bosa denn so weit vorne? Ja komm, weil du nicht mal Bosa nimmst! Bosa ist voll die Fail Klasse! Wie soll ich da... Oh Gott! Oh geil! Wie gut ich bin! Ja! Ramm mich mal hinten! Ich hab keine Bombe auf das Spiel! Nee! Irgendwie soll man da... Guck mal, die fahren so weit... Sieht da Platz! Die warten wenigstens zum Ding! Ich klatsche durch eine! Hast du gehört geleckt? Ja! Der PC ist so schlecht! Hm, natürlich nicht! Wie es jetzt überholst du auch? Ist doch einer zu... Vierter! Nein! Komm, der kriegt jetzt aber Bosa hier! Alter! Was? Wird die Daumen voll durchgenudelt! Das ist gefaltet! Bosa siebt man gar nicht mehr! Ja, guck mal! Ich fahr einfach einmal in ein Auto! Und bin siebter Platz! Vernehmen! Ich verforderte mich auf den Zweiten! Dann hätte ich noch mal ein bisschen größer! Oh ja! Benutze ihn! Oh geil! Das ist ein Fading! Oh, bin ich blöd! Wie schnell ist er denn bitte? Ich bin 8er Platz! Das Spiel ist scheiße! Ey, ich kann das nicht! Ich kann da nicht durch! Oh, Mann! Ne, ich fahr nicht mehr! Und dann wird das nicht mehr zu blöd! Wollen wir an deinen Cup nehmen? Nö! Eine Cup ist noch schwerer, mein Freund! Ich fahr die Runde nicht mehr! Ich kann sowieso nicht mehr auf dem 8er aufholen! Spielst du denn? Fährst du die nächste Runde denn nicht? Ja! Okay, ja gut! Das wird zu blöd! Wie soll eigentlich zwischen die Autos durchkommen? Sag mir das mal! Ich weiß es nicht! Mit Tastatur ist das nicht möglich! Die Steuer ist beschissen! Nächstes Mal nimmst du einfach deinen... Das ist auch noch ein Game mit, ne? Nee! Nächstes Mal fände ich eine andere Aktion! Wieso kriegst du eigentlich der 2. Platz Goldener Pilz? Keine Ahnung, weiß ich nicht! Ich hab dich überholt! Oh, du bist Dritter! Nein! Wieso? Wo? Alter! Alter! Interessant, oder? Was für ne Scheiße! Das ist mir auch die ganze Zeit passiert! Nur ich war am Piss weiter hin! Ich glaub du musst im Ziel fahren! Muss ich! Wäre recht scheiße! Musst du! Nicht im Ernst, oder? Ich bin nachher wieder in Grund und Boden gedisst! Wie zum Beispiel! Hat das Spiel dann irgendwas schlecht, oder? Oh Gott! Wieso muss ich eigentlich ein Ziel fahren? Beim neueren, das ist so, dass das Affe ausgeblendet ist! Ja, das ist alt! Was erwartest du? Alter, die Spiele sind scheiße! Du spielst so scheiße! Also ist Team Buddies auch scheiße! Das ist ja älter als Team Buddies! Doch! Doch! Nein! Warum nicht? Das ist ja nicht älter! Doch! Playstation war vor Nintendo so! Nein! Natürlich! Nintendo war vor Playstation! Wo lebst du denn? Ah! Nein! Echt nicht? Nein! Echt nicht! Playstation 3 war, glaub ich, die erste Konsole, die 3D-Dinger... Wie Playstation 3? Aha! Ja, Playstation! Stimmt! Da fand ich es aber trotzdem besser gemacht als N64! Wieso das denn? Sagt sogar G1! Da bist ja... Ja, okay, die haben LG Sony, finde ich eigentlich... Ich finde Sony eigentlich auch besser als Playstation! Ich würde sagen, so ein Nintendo ist eher so Kinderstube und Sony ist abwachsen! Würde ich sagen! Na ja, kommt doch mal drauf an! Also jetzt, wenn ich mir ganz ehrlich bin, also auf der PS3 gefallen mir die meisten Spiele nicht so sehr wie die auf der Wii zum Beispiel! Weil auf der Wii sind halt so Partyspiele wie Super Mario halt oder halt Super Smash Brothers! Oh man! Hilf mir mal nicht so rumzufailen! Wie denn? Ich kann ja schlecht mein Talent geben! Du weißt, du nimm nie leichte Charaktere in dem Spiel, das ist echt... Das ist echt assi! Schneemann! Warum fährst du auch da rein? Ich weiß, dass Schneemann nämlich töten! Aber das ist schon wieder so ein Bumsding! Boah, ich brauche mal 8. Platz 3! Rote! Wollen wir abbrechen? 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 Weil hier ein Wunsch aufwachen! Wie gesagt, wir können abbrechen, wenn du willst. Ja, was dann. LP vorbei. Dann machen wir einfach einen niedrigen Schwierigkeitsgrad oder so. Ja, bitte. Okay. Ich meine, ich lasse mich nicht verarschen, dass ein roter Pilz mich selber treffen kann, was nicht möglich ist eigentlich. Ich meine, einen roten Panzer. 100 oder 100? Ich meine, wieso kann mich mein eigener roter Panzer treffen? Wenn du schneller als er warst, das muss ja nicht schlecht sein. Das f-